Die Welt der drei Fragezeichen aus dem wunderbaren Buch von C.R. Rodenwald. Peter Schor, zweiter Detektiv. Hallo, hier ist Marc von Hör mal zu. Schön, dass du wieder vorbeischaust bei unserem Podcast Die Welt der drei Fragezeichen. Heute geht es um Peter Schor, den zweiten Detektiv und was der alles drauf hat. Das wollen wir jetzt miteinander ergründen. Wenn ich gewusst hätte, wie das ist, wäre ich nie Detektiv geworden. Ein Satz, ein legendärer Satz von Peter Schor. Peter Schor ist der zweite Detektiv. Ursprünglich wurde er in den USA aber Peter Pete Crenshaw getauft. Mit Zweitnamen heißt er Dunstan, was für ein furchtbarer Name. Er ist der größte der drei Detektive, dazu muskulös und athletisch und hat dunkle Haare. Die genaue Farbe variiert aber immer ein bisschen. In Dopingmixer ist sogar von einem blonden Haarschopf die Rede, ihr Lieben. Es war ursprünglich Peter, der Justus in Die drei und der Superpapagei vorgeschlagen hat, von einem spezial gelagerten Sonderfall zu sprechen. Letztendlich hat sich aber die Übersetzerin den kultigen Ausdruck ausgedacht, denn im Original, also im amerikanischen Original, heißt es Peter ist der perfekte zweite Mann. Er ist nicht nur verkopft wie Justus, aber aufgrund seiner körperlichen Beschaffenheit für die drei Fragezeichen unersetzbar. Einen Führungsanspruch erhebt er nie. Das ist auch besser so, denn er handelt nicht selten unbedacht, verplappert sich des Öfteren und spricht spontan lautlos, wenn man mal lieber die Klappe halten sollte. Und dann kommen wir schon zu dem großen Mythos Peter Shaw, der Angsthase. Leute, die wie ich und wie du die Folgen seit Ende der 70er verfolgt haben, werden ja gemerkt haben, dass Peter Shaw in den ersten Folgen besonders ängstlich dargestellt wird. Mittlerweile in den neuen Produktionen, soweit ich die verfolge, ich verfolge nicht jede neue Produktion, ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Da hat man bei TKKG weniger nachgedacht. Ich finde, mittlerweile frisst Klößchen noch mehr Schokolade als früher. Gut, aber das ist eine andere Baustelle. Peter Shaw, der Angsthase. Peter liebt das Abenteuer, scheut aber das Risiko. Eine etwas merkwürdige Kombination findet ihr nicht? Das war aber schon immer so. Im Alter von fünf kletterte er über einen Baum in das Dachgeschoss eines leerstehenden Hauses, dessen Fenster in den unteren Etagen vernagelt waren. Es kostete ihn viel Überwindung, den gleichen Weg wieder zurückzunehmen. Doch Jahre später beschäftigte ihn dieses Erlebnis immer noch. Aus Situationen wie diesen hat er gelernt, besser früher an später denken, seitdem neigt er zu Nervosität und auch Panikattacken. Eigentlich wollte der zweite Detektiv von Anfang an lieber kleinere Brötchen backen. Der Aufstieg der drei Fragezeichen zu einem weit über die Grenzen von Rocky Beach bekannten Detektivunternehmen ging ihm etwas schnell. Die Suche nach entlaufenen Haustieren füllte ihn voll und ganz aus. Mit der Spezialisierung auf mysteriöse Vorkommnisse und Geheimnisse aller Art konnte sich Peter auch später nicht so richtig anfreunden. »Können wir nicht mal einen ganz normalen Auftrag bekommen?«, jammerte er. »Jemanden beschatten, weil seine Frau vermutet, dass er fremd geht zum Beispiel, oder Unfallzeugen ausfindig machen. Normale Sachen halt!«, beschwert sich der zweite im Jubiläumsband Toteninsel. Die Fälle, denen der zweite Detektiv nicht auf einen vorzeitigen Abbruch drängt, sind sehr überschaubar. Doch aufgrund seiner Athletik und körperlichen Robustheit muss gerade Peter fast ausnahmslos alle gefährlichen und anstrengenden Aufgaben der drei Fragezeichen übernehmen. Da halfen ihm von Anfang an auch keine Diskussionen mit Justus Jonas. Peter zieht es vor, unnötigem Ärger aus dem Weg zu gehen, drückte es der Chauffeur Morten einmal diplomatisch aus. Man könnte sein Verhalten auch einfach nur klug nennen, wenn da nicht seine Auffälligkeit für Aberglauben und Schauermärchen wäre. Peter glaubt an Geisterschiffe, er glaubt an Ufos und die Men in Black, Indianergeister, wandelnden Moorleichen, Vampire, den Schachgeist und vielem mehr. Eigentlich hält Justus seinen Freund Peter für ein schlaues Kerlchen. Umso mehr zweifelt der erste Detektiv in »Stadt der Vampire« daran, dass sein Kollege nicht einfach mal seinen geistigen Kräften vertraut und sich seines gesunden Menschenverstandes bedient, anstatt sich immer gleich dem nächstbesten Aberglauben in die Hände zu werfen. Nachdem Peter der große Angsthase ist, gehen wir jetzt mal über und beschäftigen uns mit dem Thema »Peter der Kämpfer«. Wenn es darauf ankommt, steht Peter nämlich seinen Mann. Seine Hände sind meldepflichtige Waffen und er hat einen schwarzen Gürtel in Karate. Die drei und der seltsame Wecker, da zerlegt der zweite Detektiv zwei Gangster im Alleingang, während Justus zu Stein erstarrt. Am Ende von »Die drei und die gefährliche Erbschaft« überwindet Peter trotz einer Pistole an der Schläfe seinen Gegner heldenmutig mit der Mutter aller Akrobatikeinlagen. In »Feuerturm« vertreibt er einen Bären und in »Die drei und die schwarze Katze« bändigt er einen freigelassenen Löwen und verhindert so eine Massenpanik auf dem Zirkusgelände. Zurecht wird er für seine Taten mit Lob, einmalig tapfer, mutig, geschickt, überhäuft. Das macht ihn aber eher verlegen, denn ein Prahler war Peter Shaw noch nie. Peter ist auch ein Meister der Körperbeherrschung. Im Notfall beweist er ein hohes Maß an Selbstdisziplin. In »Die drei und die rätselhaften Bilder« hält er stundenlang mit eingeschlafenen Beinen und einem Krampf in einem heißen, stickigen Schrank Wache. Zudem hat er einen ausgesprochen guten Orientierungssinn. Egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder dem Boot, ob es hell oder dunkel ist, Peter verfügt über einen sechsten Sinn, der ihn und seine Freunde sicher zum Ziel führt. Und dann natürlich ganz legendär die Dietriche und Peter Shaw. Peter, der Schlossknacker. Geschicklichkeit beweist er beim Knacken jeglicher Schlösser. Doch das war nicht immer so. Peters berühmter Dietrich kommt das erste Mal in Tatort Zirkus bei einem Wohnungseinbruch zum Einsatz, wird aber noch nicht so bezeichnet. Also Freunde, ich dachte, der Dietrich kam schon früher zum Einsatz. Dass die drei Detektive irgendwo unerlaubt einsteigen, kommt zwar in früheren Fällen schon mal vor, doch in der Regel war das Trio bislang auf zufällig offenstehende Fenster angewiesen. In »Die drei und die Comicdiebe« muss Peter über einen Nachbarbalkon in ein Hotelzimmer einsteigen und stürzt bei der Aktion, ja, in den Swimmingpool. Wenn einer in den frühen Fällen Türen aufbrach, dann war das meistens Justus mit seinem Schweizer Taschenmesser zum Beispiel in »Die drei und der Fluch des Rubins«. Namentlich wird der Dietrich erst in »Die drei und der verrückte Maler« eingeführt und das ist somit eine Erfindung von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Meine Güte, diese Dame hat aber einen langen Namen. Es gibt auch nicht nur einen Dietrich. Peter hat eine ganze Sammlung, die sich wahlweise in einem kleinen schwarzen Koffer oder in einem Etui befindet. Das war »Die fabelhafte Welt der drei Fragezeichen« von C.R. Rodenwald. Peter Shaw, das Multitalent. Ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet und bis dahin bleibt immer schön retro. Ich freue mich, wenn ihr da seid, und bis dahin bleibt immer cheer.